Ja, hallo lieber Bergi, ich habe einmal ein kleines Tutorial-Video für dich. Und zwar, wie du super junge Talente billig, also so im maximal 1 bis 4 Millionen Bereich, zu ablösern natürlich, und sehr billigen Gehalt auch, bekommen kannst. Dazu sehe ich dich gleich wieder beim KSC, ich werde einfach komplett neu machen, dass du mal siehst, was du bekommen hättest, wenn du schon direkt diese Taktik angewandt hättest. Bis gleich. So Bergi, damit du siehst, dass ich wirklich komplett neu anfange, gehe ich hier in die zweite Bundesliga, KSC, dass du siehst, also da du jetzt so, Entschuldigung, ich bin gerade total aufgeregt, weil ich diese Technik jetzt gerade herausgefunden habe. Wie gesagt, ich gebe dir einen Tipp, den du hoffentlich auch einsetzen wirst, wie du auch kostenfrei super junge Talente direkt in den Kader mit aufnehmen kannst, oder zumindest auch für die zweite Mannschaft, dass du die mal hinbekommst für wirklich billiges Geld. Du wirst sehen, es ist eine Technik, die wird zwar anfangs etwas kostspielig beim Gehalt, allerdings, da du deine Prestige schon sehr hoch hast, kannst du natürlich auch ablösefrei anfordern, und dafür bekommst du dann das Gehalt besser gestemmt. Das heißt, du kannst dann bessere Gehälter machen. So, du wirst gleich sehen, dass ich komplett ohne Mitarbeiter spiele. Na? Also du siehst, ich spiele komplett ohne Mitarbeiter. Ich suche mir dann jetzt hier Scouts, selbstverständlich. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen am ruckeln, weil ich nur was am Rendern bin. Und ich sage hier erstmal Vollstance, 5 Sterne. So, und der soll auch mindestens immer 60 haben, natürlich, dass wir einen Superscout immer haben. Du kannst übrigens, glaube ich, mittlerweile schon bis, bis, also ich kann hier bis 80 gehen, bei mir. Aus Deutschland haben wir ein Angebot unterbreiten. Du wirst auch sehen, so teuer ist das nicht. Wenn du dir die für 5, 6 Jahre, äh, den Vertrag anbietest, und sagst, ja, hier kriegst du immer eine Erhöhung, dann kannst du das hier relativ billig machen. Dann gehe ich hier immer auf 150.000, das ist ja, geht ja noch. Ähm, da mache ich natürlich auch nur realistische. Dann gehen wir jetzt hier zum Beispiel mal nach England gucken, da gibt es kein 5 Sterne Talent. Italien auch nicht, Spanien müsste es aber geben. Jo, da gibt es, oh, 3 sogar. Das ist geil, dass hier direkt 3 Stück sind, im 5 Sterne Bereich, also, beziehungsweise 10. Der bekommt natürlich, ist jetzt erstmal egal, scheiß auf das Gehalt jetzt, ich will es ja nur Vorführeffekt machen. Das Video wird ungefähr 5 bis 10 Minuten gehen. Ich hoffe, dir gefällt das. Und ja, fürs Ruckeln tut es mir leid, ich werde es jetzt einfach nur hier mal ein bisschen schnell machen jetzt, dass du das hier mal siehst, wie das geht. Ähm, ich werde, gut, das blöde ist, die meisten besten Talente sind in Spanien. Ich glaube, du mochtest die Spanier nicht so wirklich gerne, aber ich denke mal, davon kann man absehen, wenn es super Talente sind und die dich wirklich weiterbringen. In England, muss ich dazu sagen, sind auch super Leute, also, da brauchst du dir echt keine Sorgen machen. Ich gebe jetzt hier jedem so richtig fettes Gehalt, dass wir direkt mal alle Scouts haben, sind zwar jetzt alles nur Spanier, ist nur Vorführen halt, ne. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich bin Morgasch LP. Ähm, ich mache auch ein Let's Play von FM12 mit einer eigenen Mannschaft, der FC Mahl. Wir sind gerade in einer NRW-Liga. Ja, das ist jetzt egal, ob die irritiert sind oder nicht. Das ist einfach nur, dass du siehst, wie man das am besten machen kann. So. Dann warten wir auch so lange, bis wir unsere Scouts bekommen, zumindest einen schon mal. Dann wirst du sehen, wie einfach es ist, super Talente zu bekommen, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind. Du kannst natürlich auch schon 15 Jahre machen, die dürfen dann aber noch nicht in deinem Kader spielen. Das lehne ich jetzt hier mal eben alles ab. Also denkt dran, versuch es wirklich nachzumachen. Also das ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Du wirst gleich sehen, dass ich wirklich Geld spare. Wenn man sich mal anschaut, wie viel ich eigentlich bezahlen müsste, oh, da sind sie schon in den Spanien, habe ich es ja alle gekriegt. Ja, so gut wie alle. Entschuldigung, lehne ich auch ab. Dann gehen wir jetzt mal auf Scouts. Vier Stück dürfen wir jetzt haben. Jo. So, wir hätten hier egal. Machen wir jetzt einfach mal allgemeines Scouting. So, ich sag mal, der sucht jetzt in Deutschland. Ne, haben wir ja schon. Dann sagst du, nur realistisch und permanent beobachten. Natürlich möchten wir Leute haben, die super jung sind und auch super talentiert. Dann gehen wir einfach mal hoch auf zwischen 16 und 18-Jähriger. Oder hier in Deutschland können wir auch mal 15 bis 18-Jährige machen. Die sucht er dann. Der braucht zwei Tage. Du hast im Monat, kriegst du da bestimmt. Also, wenn Transfermarkt offen ist, versuch es zu machen. Natürlich auch schon vorher. Dass du das alles hinbekommst. Von der Zeit her, dass du vielleicht ablösefrei auch anfordern kannst. So, dann sagen wir hier, in England soll er nochmal gucken. Auch 15 bis 18. Ich mache normalerweise immer 16 bis 18, dass sie direkt in meinen Kader kommen können. Ich habe so gut wie, also Terrazino konnte ich ablösen. Ich hatte ein 4,5-Sterne-Talent. Also, genauso wie der hier. Und der hatte eine 78 und war 16 Jahre alt. Es war allerdings ein Spanier. Ich weiß. Klingt blöd. Ist aber so. So, dann nehmen wir hier Frankreich auch nochmal dazu. Ich weiß nicht, du mochtest die Holländer auch gerne. Du kannst natürlich jedes Land nehmen, das du möchtest. Ich nehme aber die, die meiner Meinung nach die besten Talente natürlich hervorheben. Du siehst, das dauert immer so 2 bis maximal 10 Tage. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, Bergi. Ach, scheiß auf die geschätzte Stärke. Ich hatte mal ein 12-Sterne-Talent. Also, das heißt, der hatte 6 volle Sterne. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich weiß nicht, woran es lag. ob es ein Bug war. Der hatte 6 Sterne, war 17 Jahre alt, hatte, ähm, der wollte nur eine Ablösung von 1000, äh, 10.000 haben ungefähr. 10.000 bis 15.000 habe ich dafür geboten. Ähm, der war irgendwie in irgendeinem komischen Land. Ich weiß nicht mehr, oh, Spanien wollten wir haben. Ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Und er hatte fast 80 Stärke und der war 17. 10.000. was man da sich für Leute ranhauen kann, jetzt lassen wir sie mal eine Runde scouten, die ganze Woche jetzt. Ich mach mal jetzt wirklich, die ganze Woche nichts. Und dann wirst du, oh, da haben wir schon direkt die, übrigens, du solltest auch ein, bis maximal zwei Mitarbeiter, natürlich an Scouts, ähm, immer als Reserve haben, dass du mal, wenn da ein Spieler ist, der nicht super gescoutet ist, dass du den direkt mitscouten kannst. Das heißt also, der hat irgendwie, wird auf 65 eingeschätzt, ist 17 Jahre alt, hat angeblich drei Talente, also sechs Talentscherne, und, ähm, ist allerdings nur auf zwei, oh Gott, ich bin gerade so nervös, ähm, ist nur auf zwei, ach du was, Bekanntheit. So, hier, du siehst, in Deutschland hat er sechs gefunden, dann hat er in Spanien sechs Leute gefunden, in Frankreich vier, und in England sechs. Und auch hier in Deutschland wieder sechs. So, jetzt pass mal auf, was ich hier mache, ich mache natürlich nur realistisch. Stärke packe ich mal, ah, schau dir das mal an, ein 18-Jähriger, 62, fast vier Sterne, 18, zentralen Mittelfeld, ist zum Beispiel ein, ähm, na, wie hieß er jetzt, Can-Backup, Kaufangebot. Du siehst, der hat einen Markt, der hat sogar ein Spielerbild, den gibt es also wirklich, ähm, Marktwert 500.000. So, kann man auch machen, dass der zum Beispiel,